Servus, grüß euch, ich bin der Manuel Ecke und ich bin der Sebastian Eng. Wir stellen euch Freerunning Factory vor! Wir werden euch mit unserem YouTube Projekt Parkour, Freerunning und Tricking näher bringen. Zu Beginn erzählen wir euch diese mystische Geschichte über diese Sportarten. Wir zeigen euch unsere typischen Aufmermübungen und erklären euch in mehreren Playlists die Sportarten. Die Playlisten haben wir so gegliedert, dass ihr auf dem besten und sichersten Weg seid, diese Sportarten zu lernen. Weiters geben wir euch Tipps zur richtigen Ausrüstung und viele andere Dinge, die euch im Leben voranbringen. Unsere Videos sind kurz und lehrreich und nicht nur für die, die die Sportarten lernen möchten oder verbessern, sondern auch für die, die Ängste haben oder einfach eine nette und lustige Unterhaltung brauchen. Wir sind auf den Namen Factory gekommen, weil es im Deutschen Fabrik heißt und es geht darum, dass wir viele Menschen erreichen möchten. Wir unterscheiden uns von anderen, weil wir mit vollem Herzblut und Qualität zur Sache gehen und tiefer in die Materie eingehen. Deshalb bieten wir für euch strukturierte Konzepte, damit ihr am besten Weg die Sportart lernen könnt. Ich bin Ernst Ante Gerald und übe den Sport Parkour & Free Running seit 10 Jahren aus. In meiner Kindheit war mein Idol Jacketan. Deshalb suchte ich nach einem passenden Sport. Ich besuchte ein Karate-Probetraining und dies ersprach nicht meinen Vorstellungen. Durch Zufall lernte ich auf einer Sommersportwoche jemanden kennen, der genau das macht, was ich schon immer wollte. Trotz, dass ich kein Körpergefühl hatte und mir sehr schwer tat, gab ich trotzdem nicht auf. Denn dies war mein größter Wunsch. Aber ich hatte auch mit zahlreichen Rückschlägen zu kämpfen. Daher musste ich mich stets wieder neu motivieren und nicht aufgeben und mir klar meine Ziele vor Augen setzen. Solch eine Einstellung hat mein ganzes Leben geprägt. Ich wurde immer mehr selbstbewusster und verlor stetig meine Ängste. Die Idee zu diesem Kanal bekam ich, weil ich selber viel beim Training ausprobiert habe. Deshalb sprach ich mir auch sehr viele Leute an. Wie hast du das gelernt? Kannst du mir Tipps geben? Kannst du schauen, was ich falsch mache? Kannst du einen Rückwärts-Halter? Ja, ich kann einen Rückwärts-Halter. Auf all diesen Fragen entwickelte sich das Konzept Freerunning. Da dies alleine sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde, suchte ich mir einen passenden Partner. Er nennt sich Dragon Runner 22. Und jetzt stellt er sich vor. Applaus bitte! Ich bin 22 Jahre alt, mache Parkour und Freerunning ca. 9 Jahre lang und es hat einfach mein ganzes Leben verändert. Ich hatte eine schwere Kindheit, hatte mit verschiedensten Ängsten zu kämpfen, aber Sport hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich konnte mich nie mit etwas identifizieren, aber ich bin immer irgendwo hinaufgeklettert, ob jetzt auf Bäumen oder auf Dächern. Also, ich war schon immer ein Querdenker. Viele Menschen verstanden nie, was ich tat und dachten, ich mache immer irgendeinen Blödsinn. Aber ein guter Freund aus der Volksschule zeigte mir mal Parkour und Freerunning. Und nicht, dass er mich mit seinen coolen Tricks begeistert hat, sondern auch mit seinem Selbstbewusstsein. Und deswegen wollte ich auch unbedingt die Sportart genauer kennenlernen und auch lernen. Dieser Freund nennt sich Five Free Runner Five oder auch bekannt unter Manuel Ekwe. Heute bin ich selbstständig und mache alles, was mit der Sportart Parkour und Freerunning zu tun hat. Zum Beispiel Veranstaltungen, Shows, Events und auch Kurse für Anfänger. Und viele andere Projekte, die einfach jetzt den Rahmen sprechen. Wie der Manuel mir vor seiner Idee erzählt hat, konnte ich sofort sehen, wo das Ganze hinführt. Weil ich hatte auch die gleichen Probleme. Gut, hin und wieder gibt es Zeiten, wo wir uns einfach gar nicht verstehen. Wir beide haben einfach unterschiedliche Stärken und so können wir auch wirklich das Projekt voranbringen. Ob du sportlich bist oder nicht. Du brauchst keine Vorkennisse zu haben, um Freerunning zu lernen. Weil jeder kann es tun. Wenn ihr die Idee gut findet und das Ganze auch unterstützen möchtet, dann überweist einfach all euer Geld auf unser Konto. Denn nur gemeinsam kann man etwas bewegen. Wir blenden euch unten unsere Kontodaten ein. Na Spaß! Es reicht uns vollkommen, wenn es einen Daumen nach oben gibt, unseren Kanal abonniert und wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare fetzt. Und bleibt dran!